Ja, in der Tat, so oder anders geht das bei mir ab und zu mal in den Livestreams zu. Also das, was ihr am Anfang gesehen habt, ja, das kann man halt, das ist so ein kleiner Clip gewesen von Twitch. Und damit aber erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, wie gesagt, das ist so eine kleine Clipszene gewesen. Man kann dort so kleine Clips erstellen von so ganz bestimmten Sachen. Und das schien ja so eine gewesen zu sein, zumindest hatte ich danach erstmal, als ich mir den noch online angeschaut habe, einen kleinen Lachflash gekriegt oder bekommen. Und ja, so ist das dann, das kannst du dann auch nicht wegretuschieren oder so. Es war ja nun mal und es ist alles live und es gibt da schon einige Anekdoten, aber es macht auch immer wieder Spaß. Und ich war am gestrigen Tag ja auch ein bisschen eher mal in den Streams halb acht. Da waren ja einige, die dann plötzlich ganz, ganz verwirrt, dass der Totem um halb acht streamt. Aber ich glaube, der Montag, der war irgendwie so kühl und Ostern ist ja jetzt erstmal Geschichte. Ich hoffe, ihr hattet ein cooles Osterfest und habt das Beste draus gemacht. Zumindest habe ich das Beste draus gemacht, bin eigentlich ganz gut drauf. Was mich aber noch viel, viel mehr freut, dass ich jetzt viel, viel schneller hier gerade die Folge abgehen muss. Nein, muss ich natürlich nicht, aber ganz, ganz cool, muss ich sagen. Hier rechts, habt ihr bestimmt heute auch schon gesehen, gibt es jetzt so eine Nachrichten oder so eine Uhr über bevorstehende Wartungsarbeiten. Sehr, sehr schick. Da läuft ein Timer ab und dann kannst du genau sehen, aha, die fängt gleich eine Wartung an. Da gehe ich mal vorher schon raus, bevor ich so halb im Angriff bin oder was auch immer. Und da kann man sich drauf einstellen. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ich meine, früher kam dann so eine rote Benachrichtigung. Und plötzlich war die da mit dem Timer hier. Hat das was, finde ich. Aber wir stecken hier mitten in einem Klankrieg. Und ich habe gestern endlich mal mit dem Rathaus 11 wieder ein bisschen was gemacht. Beziehungsweise ich habe die letzten Tage auch was mit dem Rathaus 11 gemacht. Aber ich habe hier gestern mal angegriffen mit dem Rathaus 11 auch im laufenden CK. Und tatsächlich habe ich sechs Sterne geholt. Ich konnte es selber gar nicht fassen. Ich glaube, die Reaktionen waren auch zum Streamende von mir recht deutlich. Wir gehen mal rein in den Krieg und gucken uns mal den ersten an hier auf die 10. Also das habe ich oder diesen Angriff haben wir ja auch mit oder habe ich ja mit den Zuschauern geplant. Das war sehr, sehr cool. Und vor allen Dingen, ich halte das mal eben an, ist das, das ist nicht meine Armee. Das ist nicht meine Armee. Ich meine, ich hatte zwei Handicaps hier oder habe noch im Moment noch zwei Handicaps. Ich habe noch nicht alle Truppen. Das heißt, ich habe noch keine E-Drache mit dem Rathaus 11 und ich habe auch noch keine E-Schoolins mit dem Rathaus 11. Auch wenn ihr hier unten im Bild einen seht. Den Fledermaus-Zauber habe ich auf Stufe End-Rathaus 10. Das heißt also, ich habe hier, ihr seht es auch unten, ich habe Machthand genommen für die Helden und auch für die Truppen. Sodass ich zwei Angriffe auch nacheinander machen konnte. Den zweiten habe ich dann nicht mehr live gemacht, aber den will ich euch nicht vorenthalten, falls ihr gestern im Livestream drin wart. Und ja, dieser hier lässt letztendlich, so wie ich angefangen habe mit dem Queen Walk. War es ein Queen Walk? Ja, war ein Queen Walk, glaube ich. Also ich wollte jetzt natürlich dann irgendwann mit der Queen rein, gar keine Frage. Aber Clanbook hier außen schon mal gelockt. E-Drachen kommt raus und zwei Ballons. Danach gehe ich weiter mit den Packers hier direkt am Magier-Turm an diesem hier. Hier steckt jetzt gleich eine Tesla-Farm und relativ viele Riesenbomben. Das habe ich im Angriff von vorgesehen. Hier war also schon ein Angriff drauf. Da sollte man auch immer wieder nachgucken, wenn schon ein Angriff auf eine Base drauf war, dass man dort dann sich wenigstens die Wiederholung anguckt und dann mit der Kache hier weiter rein. Denn ja, es mussten ja in jedem Fall fallen die Magier-Türme. Denn sonst ist das Ganze unwirksam und sonst musst du immer zusehen, dass die Magier-Türme irgendwie Frost ist, weil Ice-Googlem hatte ich ja jetzt nur noch nicht. Und deswegen, der Magier-Turm hier, der musste unbedingt weg. So während des Angriffes habe ich das gesehen, weil ich wollte von hier oben dann über diese Ecke mit den Bets starten. Und habe jetzt eigentlich schon gesehen, läuft nicht so gut. Nicht so viele Truppen über, meine ganzen Bowler alle weg. Aber Queen macht hier oben jetzt den Magier-Turm. Sehr, sehr gut. Und dann habe ich auch wieder nur zwei Zauber erst rausgekriegt. Auch da habe ich dann mit dem Lifeson gesagt, Mist, ich kriege jetzt nicht alle Zauber raus. Aber hier oben habe ich es denn doch irgendwann geschafft und habe jetzt nur punktuellen Schaden. Das heißt, der ganze Flächenschaden ist nur noch hier unten in Form eines Magier-Tums hier unten, wo die Päcker laufen mit Heilung und den Rest erledigen jetzt echt die Bets. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe es auch gar nicht so gesehen, weil ich gucke dann ja nicht nach vorne, wie läuft der Angriff, sondern ich gucke ja dann auf mein Tablet, wie läuft der Angriff. Und muss da so ein bisschen alles im Blick halten. Und habe gedacht, ja, es läuft gar nicht mal schlecht. Aber hier unten jetzt der Fries ein bisschen zu früh und damit alle Bets hier im Magier-Turm gestorben. Aber auch das war jetzt nicht so schlimm, denn ich hatte hier oben noch vier Päcker. Vier Päcker, nur die sind natürlich fürchterlich langsam. Und dann lief mir ein bisschen die Zeit davon. Aber ich habe Clean-Up gehabt. Das heißt, ich habe ein paar Lakis dabei gehabt, Magier noch. Und hier unten jetzt für den einen Magier-Turm noch zwei Fries-Zauber. Noch zwei Fries-Zauber über. Und da wusste ich aber jetzt schon an der Stelle, das wird in jedem Fall was. Denn die Frost ist da einfach weg hier unten. Gleich kommen von oben die Lakaien da mit hinzu. Und dann schaffen wir auch den Magier-Turm hier. Sonst hätte hat das halt der Worden gemacht oder die Päcker. Aber zwei Fries am Stück hier. Schön die Lakaien jetzt drauf. Alle drei. War noch nicht mal eine Luftbombe da. Wunderbar. Haben wahrscheinlich vorher die Heiler schon gefressen. Und dann sind das hier drei Sterne gewesen mit dem Päcker-Bobet. Hätte ich echt nicht erwartet. Ich glaube, meine Reaktion auch im Stream war, oh, das hätte ich echt nicht erwartet. Und ich war natürlich so froh, weil ich bin hier auch das letzte Rathaus im Moment. Ich bin hier an Stelle 10. Also auch wirklich, mein Rathaus hat auch mal wieder nicht gedefft. Hat mich da auch ein bisschen, mal wieder ein bisschen geärgert, dass mein Rathaus hier nicht gedefft hat. Aber man muss auch wirklich sehen, ich mache hier im Moment nur Mien und Sammler. Meine Defensive ist ja völlig außen vor gelassen zur Zeit. Das ist ja noch komplett Rathaus 10 mit so ein bisschen 11. Also ich habe ja wenigstens die Sachen draußen hier. Ihr seht das hier, den Bogenschützenturm. Dann haben wir hier den kleinen Magelturm. Und irgendwo haben wir noch so ein kleines Kanönchen, glaube ich. Irgendwo haben wir noch eine kleine Kanone. Die finde ich jetzt gerade nicht. Aber ist auch nicht so tragisch. Die muss hier irgendwo rumstehen. Aber ihr seht, dass ich hier Troll-Tesla in allen vier Ecken habe. Und auch unten auf 6 Uhr das Rathaus. Aber mit E-Drachen ist die noch ein bisschen anfällig. Luftabwehren müssen noch hoch. Die Infernotürme müssen hoch. Und der Adler ist allerdings bald auf 2. Also da geht in jedem Fall was. Und in 3 Tagen und 22 Stunden bei diesem Account hier. Ich habe ja noch einen anderen Account, der fast zeitgleich mit dem hier hochgegangen ist. Oder ein paar Tage vorher. Da sieht das aber sehr, sehr ähnlich aus beim Donnerbengel. Also es geht hier voran. Und ich freue mich in jedem Fall, dass ich ein bisschen mehr jetzt vor allen Dingen gestern mit dem Elfer machen konnte. Aber wir wollten ja eigentlich hier bleiben. Zweiter Angriff. War auch ganz witzig. Auch da wieder volle Live-Action. Denn ich hatte schon vorgebaut für die zweite Base. Habe aber gedacht, den machst du nicht mehr live. Weil irgendwo wurde es auch schon ein bisschen später. Aber ich habe mir einfach auch hier ein bisschen Hilfe geholt. Beziehungsweise hatte vorher einen Tag, glaube ich, war es vorher. War es ein oder zwei Tage vorher. Habe ich beim Yves Maxi im Stream gesehen, dass der auch mit seinem Elfer auch eine Boxbase gemacht hat. Und ich habe mir das angeguckt, wie er das gemacht hat. Und das hat mich auch schon ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. Also habe ich hier mal genauso drauf geplant. Und habe auch genau die gleichen Truppen dafür gebaut. Wusste jetzt aber nicht, wo und wie startest du. Single Inferno hier, Single Inferno da. Was machst du? Machst du erst das Rathaus weg oder gehst du hier oben über die Ecke? Aber hier ist auch viel Verteidigung. Hier kann auch viel querlaufen. Irgendwie von einem Killsquad oder was auch immer. Also habe ich mich dazu entschieden, mit einem Queen Charge Lalo. Auch das ist eigentlich nicht meine Truppe. Vor allen Dingen nicht im Rathaus 11 Bereich. Denn ich habe hier noch nicht alle Truppen. Das heißt also, ich habe erst 255. Bis auf 260 fehlt mir noch ein bisschen was. Und ich muss dann natürlich da, auch da. Wir gehen mal rein. Habe ich noch den Machthang drin gehabt? Auf die letzte Minute. Ich habe gerade noch so gedacht, Thorsten, jetzt musst du schnell angreifen. Armee war ja fertig. Felsenwerfer dabei. Vier Heiler, 22 Loons. Und ein paar Zauber. Und ja, wir gehen mal rein. Unten bei der Queen fängt es jetzt an, wo die Queen auch unten so ein bisschen rumhampelt. Und da starte ich meinen Queen Charge. Also erstmal einen Luftballon hier außen. Und ganz locker den Babydrachen, dass der außen so ein paar Lager wegmachen kann. Da seht ihr aber auch, diese Base ist noch nicht so richtig 11. Also klar, Adler ist auf 2. Das waren so ein bisschen auch meine Hürden. So, ich habe gedacht, boah, der ist ja viel stärker als ich. Und ich bin ja jetzt nicht so stark mit meinem Rathaus und auch mit den Helden noch nicht. 42er Queen. Okay, jetzt gepimpt. Mit dem Machtrang natürlich auf 47. Und musste jetzt einfach erstmal zusehen, dass ich die Clambook vor allem kriege. Beziehungsweise bekomme. Denn Queen hatte ich ja schon. Also King noch mit rausgesetzt zum Funnel. Sodass die Queen, oh, jetzt schon anvisiert wurde vom Inferno. Aber da habe ich zu dem Zeitpunkt noch kein Fries werfen wollen. Und Elektro Drache plus Lohns hier raus. Beziehungsweise ein Lohn ist es dann ja, glaube ich. Na ne, 30. Waren das jetzt zwei Lohns? Ich weiß es nicht mehr so genau. Lass mal gerade gucken. Ähm, ich glaube es war nur einer, ne? Will ich mich jetzt nicht festlegen. Achso, klar. 35er Truppenplatz. Toto, alles klar. Ähm, Tornadofalle hier. Dann noch die, die, ähm, Kaserne hier. Beziehungsweise die Clambook. Jetzt kommt natürlich der gegnerische Held. Und hier unten habt ihr jetzt gerade schon gesehen. Mit Felsenwerfer. Und der überlebt unheimlich lange. Das hatte mich auch bei Maxi so beeindruckt. Bis zum Ende. Der ist durch die ganze Base geflogen. Und meiner fliegt auch nicht unweiter. Ähm, in jedem Fall, Leute, immer an Cleanup denken. Denn, äh, da fehlt es mir ja auch manchmal. Hier außen habe ich ein bisschen zu spät gesehen, dass da ganz außen der, ähm, Bogenschützenturm stand. Und durch die Boxbase hier richtig cool durchgeflogen. Die Queen kümmert sich jetzt noch um die Skelette. Okay, denn die knabberten jetzt so ein bisschen an meinen Felsenwerfer. Aber ihr seht, der hält, der, der hält unheimlich lange hier. Mein, der ist durch die ganze Base jetzt geflogen. Und ist immer noch heile. Und es gibt ja kaum noch was, was den jetzt auffällt. Okay, da kommt noch mal eine Luftmine. Und jetzt geht er gleich auch auf. Aber, Überraschung, waren natürlich Lunes drin. Wunderbar. Und nochmal Max Lunes hier dann durch. Eilzauber noch mal gesetzt, dass die ein bisschen fixer da jetzt auch zum Cleanup kommen. Die Queen, ich weiß nicht, ob wem es ausgefallen ist. Die hat jetzt die ganze Zeit, glaube ich, nur Skelette gemacht. Die ist die ganze Zeit den Skeletten hinterher. Und, äh, aber wir haben jetzt natürlich super viele Lunes bei mir überlebt. Und mit einer für mich eigentlich untypischen Armee im Rathaus-11-Bereich. So muss ich sagen. Denn in anderen Bereichen greife ich natürlich schon mal mit Lufttruppen an. Aber hier, ähm, dass mir dann der zweite Wurf dann auch noch gelangt. Mann, 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 ich war wirklich super, super zufrieden. Also, ähm, das gibt einem dann auch so ein bisschen Sicherheit im Angreifen. Denn ich bin, je höher die Rathäuser werden, desto nervöser oder desto freckeliger bin ich eigentlich, was, was die Angriffe angeht. Ähm, wie machst du sie? Wie planst du sie? Wie holst du das Maximale raus? Und, ähm, aber es gibt ja auch noch ein, oder ein paar andere, die ja schon angegriffen haben. Das war jetzt gestern Abend noch nicht. Sonst hätte ich euch das sicherlich gezeigt. Und, ähm, wartet mal eben. Jo, okay, ich musste eben mal kurz anhalten. Und, äh, aber jetzt läuft der Angriff weiter. Also der Master hier mit, ähm, mit E-Drachen und, ja, Heiler, Queen, War, Queen, Charge. Gucken wir mal, was er sich dabei eigentlich gedacht hat. Ich habe den Angriff noch nicht gesehen. Habe nur gesehen, dass es drei Sterne wurden. Und, ähm, auch hier können wir mal kleine Analyse betreiben. Aber auch hier mit Machtrank, also auch hier wird im Moment alles genutzt, finde ich sehr, sehr löblich. Ähm, aber ich meine, ich habe die jetzt, ich nehme sie jetzt auch. Irgendwie habe ich immer, ja, ich habe immer gedacht, naja, Machtrank, so dolle ist der nicht. Leute, der ist echt gut. Der ist wirklich gut, der Machtrank. Und, ähm, man müsste eigentlich immer zuschlagen, dann, wenn es dem auch beim Händler gibt. Oder, ähm, du kannst ihn ja nicht mit, mit Medaillen oder so kaufen. Das ist eigentlich, ja, es gibt halt ein paar Sachen mit Medaillen, ein paar Sachen gibt es leider nicht. Und der Machtrank gehört da leider mit dazu. Den man dann nur beim Händler kaufen kann. Oder halt in den Events, da halte ich jetzt immer auch schon nach, dass ich die Events vor allen Dingen mit den Accounts spiele, wo ich auch die Machtränke und die Heldentränke, äh, gut gebrauchen kann. Und das hat der Master hier auch super gemacht. Hier schöner Funnel, allerdings immer gegen einen Feger. Der ist jetzt aber auch Geschichte. Und auch hier seht ihr der Felsenwerfer. Ist der Felsenwerfer im Moment ein bisschen arg stark? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob der zur Zeit von den Belagerungsmaschinen eigentlich schon die stärkste ist. Auch hier wieder fast durch die gesamte Base geflogen. Und, ähm, hat er schön gemacht. Hier aber auch hier, seht ihr, ist die Defensive noch nicht wirklich auf Rathaus 12 Niveau. Teilweise sogar noch Rathaus 10 Niveau, aber gut. Ähm, es ist ein 12er Rathaus gewesen. Und das hat er ganz gut gemacht auf sein Gegenüber. Ich muss hier nachher mit dem Avatar auch noch dran. Muss mal gucken, wie ich das mache und wie ich das vielleicht auch für euch festhalte. Aber ich wollte erstmal, bevor es dann aus dem Ruder rennt und wir vielleicht nach der Wartung, hier keinen Angriff mehr zeigen können. Diese Angriffe hier mit reinnehmen, mit dem Rathaus 11. Denn das ist bei mir eher wirklich unheimlich, ja, ich will mal sagen, super, super selten, dass ich damit überhaupt drei Sterne hole. Denn im Moment bin ich da ja noch so ein bisschen so in der Erfindung, was es da, was es da angeht, dass wir, ähm, hier mit sinnvolle Strategien entwickeln. Aber ich denke mal, Pekka Bobet und, ähm, Queen Charge oder Queen Walk, Lalo, das sind ganz gängige Taktiken. Ich, man muss sie nur öfter mal machen und auch öfter mal üben. Ähm, dann wird das sicherlich auch was. Ihr seht, 15 Minuten haben wir noch. Ich glaube, bei 30 habe ich angefangen. Kann das sein? Ah, sehr cool. Ich muss sagen, die Uhr habe ich jetzt schon lieb. Die Uhr habe ich jetzt schon lieb. Und, ähm, ich freue mich in jedem Fall, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, einfach einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen und Glocke stellen. Glocke stellen auch auf Twitch.tv. Dann verpasst ihr da auch kein Livestream mehr. Das haben gestern viele gesagt, äh, ich habe gar nichts gehört, dass du online gekommen bist. Dann müsst ihr da auch die Glocke stellen. Dann bekommt ihr in jedem Fall mit, wenn wir dort live gehen. Ich würde sagen, habt einen coolen Wochenstart. Der Start ist ja eigentlich schon weg. Bis dahin, euer Toto. Bis dahin. nem Plan ampl Looking Bis zum nächsten Mal.